Mensch, ich kann doch aufsteigen, sehe ich gerade. Sag das doch. Also als Magier, jetzt muss ich umdenken, brauchen wir Willenskraft, Magie. Brauchen wir Klugheit? Wie schnell ein Charakter lernt. Eigentlich brauchen wir hauptsächlich. Komm, einlege ich auf Klugheit. Ob das jetzt was bringt oder nicht. Weiter. Also der Arcane Bolzen ist schon mal richtig gut. Der Schild, den können wir noch nicht machen. Flammenwaffen, Feuerball. Steinrüstung, eisige Umarmung, Blitz. Steinrüstung ist schon nicht schlecht, weil wir ja auch sehr angreifbar sind. Hervorrufen, Heilung. Heldenhafter Angriff. Eines Verbündeten, nee. Siegel der Lähmung, ist auch nicht schlecht. Zaubererlicht, Geist. Manaentzug, wandelnde Bombe, wandelnde Bombe. Ähm, apropos Geist. Ist hier irgendwo der Geistschlag? Totenruf, Mannerstoß, Zermalmung des Gefängnisses. Veränderung, Flucht der Verwundbarkeit, ist auch nicht schlecht. Oh, Todesmagie. Magiebanden, habe ich das jetzt übersehen. Todeszug. Geistschlag, Mensch, da ist es doch. Ähm, ganz ehrlich, finde ich sehr gut. Ich will den Geistschlag haben spielen. Sehr schön. Alles besänftigt, die erzählen uns sowieso nichts. Ah, was haben wir denn hier? Bücherregal, angucken. Die vier Schulen der Magie. Sehr schön. Eine Abteilung von Büchern scheint zu fehlen. Ja. Schulen der Magie, Hervorrufung. Hierarchie des Zirkels. Ähm, und das war's, sonst liegt hier nichts rum. Ach, ich finde den Hut so dämlich. Warum müssen die so aussehen? Oh, was haben wir da? Ach, da sitzt jemand. Das konnte man eben nicht sehen. Mensch. Idrik. Dein Licht ist hier auf der anderen Seite. Oder was siehst du für ein Licht? Es tut mir leid, ich lasse euch in Ruhe. Leier Licht, ich stehe, wo ich will. Ich wollte nur einen der meinen begrüßen. Der hat ja wohl gesehen, dass wir zu seinem Volk gehören. Trotzdem ist er unhöflich. Euer Licht. Ich versuche zu lernen. Nehmt doch ein wenig Rücksicht auf ein Magier-Kollegen. Oder oben fehlt für Rücksicht. Also gut, dann lasse ich euch allein. Ich freue mich einfach, einen anderen Elfen zu sehen. Ihr seid nur ein Schüler, kein Magier. Also gut. Nein, ich freue mich einfach, einen anderen Elfen zu sehen. Überrascht euch das? Wir sind vermutlich magiebegabter als die Menschen. Oder zumindest waren es unsere Vorfahren. Da unsere Geschichte größtenteils verloren ist, werde ich es wohl nie erfahren. Die Dalish-Elfen wissen vermutlich mehr. Aber ich habe noch nie einen getroffen. Dalish-Elfen? Sie leben in der Wildnis und reisen nach Lust und Laune umher. Angeblich bewahren sie den alten Glauben. Ich möchte kein Dalish-Elf sein. Ne. Ich würde gern die alte Sprache beherrschen. Die Vergangenheit ist vorbei. Wozu drüber nachsehen? Ich würde gern die alte Sprache beherrschen. Ich auch. Vielleicht habe ich eines Tages die Möglichkeit, sie zu erlernen. Seid ihr aus einem Gesindeviertel? Ich komme von einem Bauernhof außerhalb von IEVA. Meine Mutter war dort Küchen. Es geht euch nichts an, woher ich komme. Ja, das hätten wir ja nicht angesprochen, ne? Ich komme aus dem Gesindeviertel von Denerim. Ich weiß gar nicht mehr, woher ich stamme. Ich habe in Lothering gelebt. Das heißt, ich kann ihm auch irgendwas erzählen, oder was? Ich habe in Lothering gelebt. Aha, okay. Genau. Wir hatten vermutlich mehr Glück als die meisten anderen Elfen. Das ist auch kein besseres Leben. Als Magier werden wir genauso abgelehnt. Na, wir hatten vermutlich mehr Glück. Es befriedigt mich, dass die Menschen, die auf mich herabgesehen haben, mich in Zukunft fürchten werden. Aber ich muss mich jetzt wieder meinen Büchern widmen. Dann auf Wiedersehen. Danke, dass ihr mit mir gesprochen habt. Schön geht's so zu euren Büchern. Dann auf Wiedersehen. Guten Tag. Guten Tag. Okay. Okay. Wir sind auf Wiedersehen. Wir sind auf Wiedersehen sowieso nicht großartig. Und was bitte? Sie haben nichts getan. Und das heißt, die Äquitarianer brächten der Position der Libertarianer langsam etwas Verständnis entgegen. Verständnis für eine Haltung ist etwas anderes als Unterstützung. Soweit ich weiß, koalieren die meisten Äquitarianer lieber weiterhin mit den Loyalisten. Euch ist sicher auch klar, warum. Was würde die Kirche tun, wenn die Zirkel plötzlich mehr Unabhängigkeit oder gar eine Trennung anstreben? Ich glaube, hier will jemand mit euch sprechen, werter Toll. Wie redet der denn? Ähm, Petzer. Ich wollte. Aber das war auch sehr verwirrend, was die da eben geredet haben, muss ich sagen. Mit Loyalisten und sowas. Ich sammle erst noch die Codex-Einträge, wenn du erlaubst. Aber ich kann den mal zuerst ansprechen. Hallo. Sucht ihr etwas? Worüber habt ihr mit dem anderen Magier gesprochen? Wer seid ihr? Nur Bücher. Nein, nichts. Äh. Wer seid ihr? Ich bin Nyle. Ein Magier. Genau wie ihr. Ich habe euch schon mal gesehen, oder? Muss ich ja... Wieso musst du das? Worüber habt ihr mit dem anderen Magier gesprochen? Oh, die Bruderschaften. Gruppen von Magiern mit einem gemeinsamen Ziel. Wir sollten alle Isolationisten werden und in einem abgelegenen Bergdorf leben. Weit ab von den Weltlichen, die uns hassen. Was? Ähm. Warum macht ihr das dann nicht? Äh. Sehe ich auch so. Wenn wir weglaufen, erfahren sie nie, dass man uns nicht fürchten muss. Wenn wir weglaufen, erfahren sie nie, dass man uns nicht fürchten muss. Das lernen sie sowieso nie. Sie wollen es auch gar nicht. Ich würde sogar alleine in die Wildnis ziehen, wenn ich könnte. Aber sie würden mich als abtrünnigen Brandmarken und zu Tode hetzen. Man kann den Zirkel nicht verlassen. Bis dass der Tod uns scheidet. Romantisch, nicht wahr? Ja. Ja, dann will ich aber einen Ring, ne? Äh, abtrünnig. Ich kann nicht weiter plaudern. Abtrünnig? Wenn ihr den Zirkel verlasst, werdet ihr ein Abtrünniger. Und die Strafe dafür ist der Tod. Ganz schön streng, was? Es muss doch Magier geben, die nicht zu einem Zirkel gehören. Warum sollte jemand den Zirkel verlassen wollen? Eine wohlverdiente Strafe. Ich sollte jetzt gehen. Ähm. Es muss doch Magier geben, die nicht zu einem Zirkel gehören. Ich habe von Hexen gehört, die ganz allein überleben und dem Zirkel ein Leben lang aus dem Weg gehen. Aber wenn die Templer sie finden, nun ihr wisst, was dann geschieht. Die Clans der Dalish-Elfen verfügen angeblich auch über mächtige Magie. Aber wer kann schon bei dem Dalish zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden? Oh, die haben ja alle Vorurteile und ich weiß nicht, wie die eingestellt sind. Ich sollte jetzt gehen. Also gut. Schönen Tag noch. Oberverzauber Torrin Worüber habt ihr da vorhin gesprochen? Erzählt mir etwas über die Bruderschaften. Danke, aber ich kann nicht weiterploddern. Ähm, Bruderschaften? Es gibt sie in allen Zirkeln von ganz Thethers. Gruppen von Verzauberern mit ähnlichen Ansichten, die sich zusammentun, um gehört zu werden. Die einflussreichste Bruderschaft sind die Äquitarianer. Sie sind gemäßigt und glauben an einen Verhaltenskodex, den alle Magier befolgen sollen. Dann gibt es die Loyalisten, Apologeten der Kirche. Wenn die Kirche etwas sagt, befolgen sie es bis ins letzte Detail. Was ich jetzt aber nicht verstehe, wenn die Templer die Magier in Schach halten durch die Zirkel. Wie kann das denn angehen, dass es so viele unterschiedliche Arten von Zirkel gibt? Dass es so unterschiedliche Gruppierungen und Bruderschaften gibt? Das wundert mich jetzt so ein bisschen. Ähm, zu welcher gehört ihr? Das ist doch etwas Gutes. Äh, danke, das war interessant. Äh, zu welcher gehört ihr? Äh, wenn ich müsste, wohl am ehesten ein Äquitarianer. Aber ich habe mich schon lange aus der Diskussion zurückgezogen. Die meisten Oberverzauberer sind Äquitarianer. Irving Wynne, Sweeney, Aldred ist Libertarianer. Noch dazu ein ziemlich lauter. Magier haben genug Probleme mit der Außenwelt und sollten sich nicht innerhalb des Zirkels zanten. Aber was soll man machen? Ausgeben nützt jedenfalls niemanden. Ah, ein Idealist. Nun, wenn ihr die Welt verändern wollt, solltet ihr rasch damit anfangen. Sie ist nämlich sehr groß. Okay, neuer Kodex-Eintrag. Ja, ich weiß nicht, ich wende die vermutlich, vermutlich. Moment, Moment, wo kommen wir her? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Ach, da kommen wir her. Ja. Hallo? Äh, hallo? Oh, entschuldigt. Ich habe euch gekauft. Moment, Ruhe. Ganz ruhig. Es tut mir leid, aber ich bin schrecklich beschäftigt. Das Zimmer muss fertig sein, bevor das Treffen des Grauen Wächters mit Irving beendet wird. Oh, Grauer Wächter. Ein Grauer Wächter ist hier? Was ist ein Grauer Wächter? Na, das fragen wir jetzt nicht mehr. Wir kennen das ja schon. Dann will ich euch nicht weiter stören. Ein Grauer Wächter ist hier. Ja, er heißt Duncan. Er muss irgendetwas Wichtiges mit Irving zu besprechen haben. Ihr müsst wissen, dass ich selbst fast einmal ein Grauer Wächter geworden wäre. Wirklich? Ihr lügt. Sagten ich, ihr wäret beschäftigt? Wirklich? Ja, und jetzt muss er hier den Boden putzen. Tja, was kommt davon, wenn man so eine Gelegenheit ausschlägt? Da, der Kleiderschrank. Da ist was drin. Wollen wir haben. Der Stab des Akolyten. Nimm wir. Wir haben doch noch keinen Stab ausgerüstet. Das ist schön. Zack. Wo ist eigentlich der andere schöne Stab, den wir gekriegt haben? Den haben wir uns so gut verdient. Und jetzt haben sie uns den wieder weggenommen oder konnten wir den nicht mitnehmen oder was? Naja, gut. So, was haben wir hier? Hm. Lyriumstaub? Wer hat denn hier so einen Lyriumstaub rumfliegen? Ruhe. Noch ein Stab des Akolyten. Wir nehmen alles mit. Wir können es ja daher verkaufen. Ich habe mal eben deinen Stab hier aus der Kiste rausgenommen. Scheint ihn nicht zu stören. Ah, da seid ihr ja. Ihr werdet aus dem Schlafsaal der Schülerinnen ausquartiert. Dies sind eure neuen Räumlichkeiten. Die Besänftigten werden heute Nachmittag eure Habe hierher bringen. Also macht es euch gemütlich. Ach so. Jetzt habe ich mir meinen eigenen Stab geklaut sozusagen. Das war ja meine Kiste. Ja, gut. Mache ich dann. Hallo. Wir sind jetzt hier fast Zimmernachbarn. Kumpels. Wer bist du? Jeder freut sich für euch. Danke. Okay. Was haben wir hier? Hallo. Ach, die putzt hier auch rum. Sie hätten mich zur Unterstützung der Armee des Königs schicken sollen. Ich hasse es hier festzusitzen, während woanders große Dinge geschehen. Mhm. Na gut. Dann wollen wir weiter. Müssen wir hier rein? Cullen. Ich muss gehen. Hallo Cullen. Warum stottert ihr? Weshalb interessiert euch das? Nö. Hallo Cullen. Ich war der Templer, der euch hätte töten müssen, falls ihr zu einer Abscheulichkeit geworden wärt. Es ist nichts Persönliches. Das schwöre ich. Ich freue mich, dass es euch gut geht. Ihr wisst schon. Okay. Ich dachte, Templer töten gern Magier. Hättet ihr mich wirklich erschlagen? Ich wusste, ich würde bei meiner Läuterung nicht versagen. Ist ja schon ein bisschen fies, ne? Komm. Wir haben wohl eine hohe Willenskraft, wurde uns doch schon bescheinigt. Ich wusste, ich würde bei meiner Läuterung nicht versagen. Sonst hätte ich auch neu laden können. Haha. Naja, die Leute wurden getötet, ne? Ich muss gehen. Ich sollte euch nicht von euren Pflichten ablenken. Ich habe keine Zeit mehr darüber zu reden. Ich sollte euch nicht von euren Pflichten ablenken. Ach, wie süß. Ach, der ist ja niedlich. Ganz verlegen. Oh, das ist aber... Sieht ja schon wieder richtig nett aus. Sie haben die große Betten. Alter Schwede. Nochmal die Gürtelschnelle der Winde. Okay. Dazu sage ich jetzt noch nichts, weil ich nicht weiß, wie weit ich mit dem Let's Play bin, wenn ich das hier hochlade. Private Dokumente. Verträge, Löhne. Ich nehme es mal mit. Hat keinerlei Auswirkungen. Okay. Na gut. Also damit müsst ihr leben, dass ich mir hier alles angucke. Oh, das sieht aus wie Apotheke oder sowas. Weil ich will looten ohne Ende und will schon alles mitnehmen, was ich kriegen kann. Ich an eurer Stelle würde Leora aus dem Weg gehen. Sie ist in letzter Zeit ziemlich... Wer? Warum? Das mache ich danke. Äh, wer? Oder verzauberin Leora. Dort drüben. Warum ist sie gereizt? Vielleicht hat sie ihren Grund dazu. Hm. Hier konnte ich doch... Eben konnte ich noch irgendwas anklicken. Jetzt auch einmal nicht mehr. Oder das war alles nur sie hier, ne? Okay. Hm. Ja. Froststein, Elfenwurzel, Tiefenpilz. Also, Mann, das ist ja hier eine Goldgrube. Ach, das ist sie, die schlecht gelaunte. Der ist verschlossen. Die spreche ich dann gleich an. Ach, ist das ärgerlich. Schon wieder ist eine Ladung vernichtet. Sagt, habt ihr O'Wayne gesehen? Ist er im Lagerraum? Äh, ja, ich habe eben mit ihm gesprochen. Ich weiß es nicht. Wo soll der denn sonst sein? Nein, ist er nicht. Ja, ich habe eben mit ihm gesprochen. Oh, hervorragend. Als ich zuletzt nachgesehen habe, war er nicht dort. Ich hoffe, er hat noch etwas Zinnober vorrätig. Letzte Woche meinte er, er würde ihm langsam ausgehen. Okay. Hey, wo wird sie hin? Die haben ihn ja nicht angesprochen. Hier geblieben. Stopp. Ich hoffe, es ist nicht gleich gut. Ja, danke. Was ist das denn? Gar nichts. Aber es ist schon mit Liebe zum Detail, muss ich sagen. Ist hier noch irgendetwas? Nö. Gut, dann sprechen wir jetzt die Oberverzauberin Leora an. Ihr werdet den ersten Verzauberer doch nicht warten lassen, oder? Ach, ja, ist ja gut. Ich dachte, du hättest irgendwas für uns, irgendeine Information oder sowas. So, hier kommen wir wieder zurück. Dann können wir jetzt, haben wir jetzt soweit alles. Oh, ist das Kirche? Die passt so aus, hm? Oh, die habe ich eben gar nicht, die habe ich eben nicht gesehen. Kylie? Ruhig bleiben? Oh, ruhig bleiben. Was macht ihr da? Ich frage sie einfach mal. Ja, das möchte ich eher nicht, die Segnung des Erbauers. Ein anderes Mal vielleicht. Ich sage die Segnung des Erbauers jeden Tag auf. Sie bringen mir Frieden in schwierigen Zeiten. Ich sollte eure Meditation nicht unterbrechen. Seid ihr in Schwierigkeiten? Die Worte nur sagen, bringt euch Frieden. Ich finde daran kein Trost. Seid ihr in Schwierigkeiten? Nein, nicht wirklich. Es ist nur... Ich will euch damit nicht langweilen. Nein, schon in Ordnung, es interessiert mich. Es gibt mir die Hoffnung, dass der Erbauer uns eines Tages erhört. Dass mir vergeben und mein Fluch von mir genommen wird. Oh, Fluch? Die Mentalität wird immer verdorben sein. Oh Mann, so bissig will ich aber nicht sein. Fluch? Magie? Was sonst? Magie ist kein Fluch. Ihr wollt diese Macht nicht? Ihr seid eine Nerren. Magie ist ein Geschenk. Auch ich musste wegen der Magie Leiden ertragen oder Leid ertragen. Magie ist kein Fluch. Magie verursacht großes Leid. Sie ist gefährlich und widerwärtig und hinterhältig. Die Kirche muss die Welt vor uns beschützen. Mit etwas so Schrecklichem geboren zu werden, muss eine Strafe sein. Ich wünschte, ich könnte sie loswerden. Ihr könntet darum bitten, eine Besänftigte zu werden. Ich auch, aber ich komme damit zurecht. Ihr könntet mit euren Fähigkeiten Leuten helfen. Hoffentlich habt ihr Erfolg dabei, den Blick des Erbaus auf euch zu lenken. Nur ein Narr würde so eine Begabung nicht schätzen. Ihr könntet darum bitten, eine Besänftigte zu werden. Nimmt das die Magie von mir? Ja, das tut es nicht, wahr? Bringe ich sie jetzt auf eine Idee? Aber mal ehrlich, das müssten die doch hier alle wissen. Die Kirche würde es begrüßen, wenn eine Magierin weniger herumliefe. Nee, die ist ja gläubig. Die ist ja nur angepieselt. Ihr solltet das mit eurem Mentor besprechen. Jemand wie ihr ist als Besänftigte sicher besser dran. Nee, ihr habt dann auch keine Gefühle mehr. Davon habe ich gehört. Aber ein Leben ohne Magie wäre sehr verlockend. Ich sollte gehen. Mein Mentor erlaubt mir nur wenige Minuten täglich zur religiösen Besinnung. Mann, das sind hier ja schon merkwürdige Verhältnisse. Ein Altar? Ah, die Gründung der Kirche. Ah, die Prophetin Andraste. Sehr schön, es gibt ja auch immer EP. Wen haben wir denn da? Lilly. Das weiß ich nicht. Bücherregal. Neuer Kodexantrag. Und nochmal. Sehr schön, die Verderbnis. Gut. Das läuft ja eher auf mehrere Folgen hinaus, wenn ich das richtig sehe. Oh, wir haben kein Lyrium mehr. Oh, da müssen wir hin. Moment. Der erste Verzauberer sagt, niemand darf durch diese Tür. Und ich zweifle keine Befehle. Okay. Also ich habe jetzt ein bisschen Bedenken, jetzt hier reinzugehen, ne? Viele sind bereits in Ostagar. Wyn, Aldred und die meisten Oberverzauberer. Wir haben diesen Krieg schon viele von uns überstellt. Von euch? Seit wann fühlt ihr euch Magiern so verwundet, Gregor? Oder fürchtet ihr nur, die Magier aus der Aufsicht der Kirche zu entlassen, wo sie ihre vom Erbauer verliehenen Kräfte tatsächlich einsetzen können? Wie könnt ihr andeuten? Meine Herren, bitte. Irwin, ihr habt Besuch bekommen. Ihr habt nach mir geschickt? Hallo. Erster Verzauberer? Was geht hier vor? Da wäre ich eher dem hier verbunden. Also erster Verzauberer? Ah, die neuste Schwester in unserem Zirkel. Komm, nur Kind. Das ist... Ja, das ist sie. Nun, Irwin, ihr seid augenscheinlich beschäftigt. Wir reden später weiter. Natürlich, also. Wo war ich? Ach ja, das ist Danken von den grauen Wächtern. Habt ihr mich deshalb kommen lassen? Freut mich sehr, ein grauer Wächter hier im Turm. Was macht er hier? Habt ihr mich deshalb kommen lassen? Da ist noch etwas. Aber erst wollte ich, dass ihr Danken kennenlernt. Ihr habt ja sicher von dem Krieg gehört, der sich im Süden zusammenbraut. Danken rekrutiert Magier für die Armee des Königs bei Ostergar. Mehr wolltet ihr mich nicht sagen? Nee, er hat ja gesagt, dass da noch was kommt. Äh, warum? Gegen wen kämpfen wir? Ich möchte Verwelten verteidigen. Hm, ich frag mich dann immer, wie viel bleibt von einem selbst dann übrig, wenn man in so eine Situation ist. Ähm. Warum? Was ist die dunkle Brut? Was meint ihr damit? Die dunkle Brut ist ein Problem der Zwerge? Nö, was meint ihr damit? Die Macht der Magier ist für jede Armee von großer Wichtigkeit. Eure Zauber sind gegen große Gruppen geistloser dunkler Brut sehr wirksam. Wenn wir sie nicht zurückschlagen, befürchte ich eine neue Verderbnis. Danke. Ihr verstört das arme Mädchen mit eurer dunklen Brut und der Verderbnis. Heute ist für sie ein Festtag. Wir leben in schwierigen Zeiten, mein Lieber. Dennoch sollten wir uns Momente der Leichtfertigkeit gönnen. Vor allem in schwierigen Zeiten. Die Läuterung ist überstanden. Euer Phylacterion wurde nach Dennerim geschickt. Ihr gehört jetzt offiziell als Magierin zum Zirkel der Magie. Hm, danke, erster Verzauber. Mein Phylacterion, das war jetzt auch das Erste, was mir gerade durch den Kopf geschossen ist. Meine Leine, meint ihr wohl? Ist das alles, nachdem ich den Wölfen vorgeworfen wurde? Mein Phylacterion? Ihr wisst es wohl nicht mehr, aber als ihr zu uns kamen, haben wir euch Blut abgenommen. Dieses Blut wird im Phylacterion aufbewahren. Damit man sie jagen kann, sollten sie abdrückt werden. Wir haben keine Wahl. Die Begabung zur Magie erregt Misstrauen und Furcht. Wir müssen beweisen, dass wir mit unserer Macht verantwortungsbewusst umgehen. Hm. Ich übergebe euch hier mit eurer Robe, euren Stab und einen Ring mit den Insignien des Zirkels. Fragt all das mit Stolz, denn ihr habt es euch verdient. Danke. Ich bin froh, ein Teil des Zirkels zu sein. Ist das alles? Was geschieht jetzt? Nur Geduld. Ihr habt eine erhebliche Strapaze überstanden. Nur nichts überstürzen. Selbstverständlich dürft ihr mit niemandem über die Läuterung sprechen, der das Ritual nicht durchlaufen hat. Nun denn. Ruht euch aus oder lest in der Bibliothek. Der Tag gehört euch. Das werde ich tun. Kann ich den Turm verlassen? Ich würde mich gerne unterhalten. Kann ich den Turm verlassen? Noch nicht. Bedenkt, der Turm ist ebenso Schutz für uns, als auch Schutz vor uns für andere. Ich gehe zurück in mein Zimmer. Würdet ihr wohl so nett sein und Duncan zurück auf sein Zimmer begleiten? Es wäre mir eine Freude, weil es Duncan nicht zu seinem Zimmer liegt, wenn es sein muss. Ich will es ja mir eine Freude, ja. Die Gästezimmer sind im Osten, diese Stockwerke. Er ist in der Nähe der Bibliothek. Entschuldigt mich nun. Ich habe etwas mit Gregor zu besprechen. Okay, jetzt, was habe ich gekriegt? Ähm. Plus eins Magie. Eigentlich ist der schon recht gut, den wir haben, ne? Magierrube. Magierrube. Oh, na, die tauschen wir doch mal eben aus. Sieht auch ein bisschen cooler aus. Ring des Studiums. Na gut, aber kann ich diesen blöden Hut loswerden? Das ist doch doof. Ähm. Ist hier noch irgendwas? Nein, gar nichts. Okay. Kommt Duncan jetzt mit? Ja, Duncan kommt mit. Okay. So, wo war das denn jetzt nochmal? War das nicht hier irgendwo? Da nicht? Moment. Moment. Da auch noch nicht. Wo hat der denn geputzt? Da auch nicht. Das ist, da ist mein Zimmer. War das nicht hier? Ich glaube, hier war es. Ja. Kein Problem. Okay, mehr sagt er nicht. Ach, Joanne. Das ist doch der, der sich den ganzen Tag schon so komisch benimmt, oder? Ach, die haben wir ja schon angesprochen, ne? Äh, für den Moment schon, denke ich. Seid ihr mir gefolgt? Durchlebt ihr wieder eine persönliche Krise? Für den Moment schon, denke ich. Ich muss mit euch reden. Erinnert ihr euch an unser Gespräch heute Morgen? Klar. Warum flüstert ihr? Das wirkt sehr verdächtig. Ich kann das warten. Oh, schon gut. Nur raus damit. Ja? Wir sollten woanders hingehen. Hier zu reden ist nicht sicher. Langsam beunruhigt ihr mich, Joanne. Hoffentlich vergeult ihr meine Zeit nicht. Ihr wirkt etwas angespannt. Und langsam beunruhigt ihr mich. Ich sorge mich. Ich erkläre es euch. Kommt bitte mit mir. Na gut.